Meine Schwester ist jetzt gleich fertig, noch die letzten Handgriffe. Und wir nutzen natürlich das schöne Tagesleben. Meine Lieben, gerade ist meine Schwester am Schuten. Gleich gehe ich dann mit rein und wir machen noch ein schönes Doppel. Cool, jetzt bin ich dran. Jetzt schuten wir so ein Black-White-Thema together. Schaut mal, das ist Julias Look. Cool. And that's my, ja, wie auch immer. Meine Lieben, Julias wird jetzt gerade umgestylt für ein Beauty. Das heißt, es soll sehr fresh und natural aussehen. Aber das dauert nicht lange bei dir, ne? Das dauert ja doch ein bisschen länger als gedacht. Aber Hauptsache, es wird schön. In Julias schicken wir ein Beauty. Das heißt, nur ein Bandot-Tuch, dass man eben den Kopf und das Dekolleté, die Schultern und den Rücken sieht. So, wir fahren jetzt noch zu einer schönen Location. Nina, wo fahren wir genau hin? Wir fahren jetzt nach Seapoint. Da wohnen wir übrigens auch. Was ein Zufall. Ja. Wolltest du noch sagen, Nina? Also, wir fahren jetzt zur Library in Seapoint, wo dort und dann noch zu einer anderen Location. Und dann haben wir Feierabend. Ja. Ich würde sagen, wir sind da auf der Köln. Ja. Layers. Ja. 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 Vielen Dank.